I was born a champion. Got the heart of a winner. And I'll never give up. Super, wirklich. Ich habe jetzt mehr Mut, um die Ausbildung zu machen. Eigentlich finde ich es sehr schön, weil alle Bereiche zusammengekommen sind und sich vorstellen konnten. Und auch ich, obwohl ich hier Ausbildung mache, konnte andere Sachen kennenlernen. Also das fand ich schön. Das finde ich ein sehr gutes Konzept, weil eine Erklärung auf Augenhöhe natürlich viel nachhaltiger ist, als wenn jetzt ein Lehrer da steht und einem was erzählen möchte. Der erste Eindruck ist ein sehr guter, dass hier auch im letzten Jahr diese Veranstaltung sehr, sehr gut angenommen wird, von ganz vielen jungen Leuten. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir rausgehen und uns in der Öffentlichkeit präsentieren und die Gelegenheit geben, mal zum Teil auch ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken. Bewerber, Interessierte, Neugierige können von Schülern profitieren, die hier schon in der Ausbildung sind. Ich habe auch jetzt viele Erfahrungen von mir aus dem OP schon weitergeben können und konnte, glaube ich, den Schülern auch gut vermitteln, was man hier macht. Gerade die Gesundheitsfachberufe haben ja schon echt Probleme mit dem Nachwuchs. Deswegen, dass man sowas anbietet, ist auf jeden Fall wirklich sinnvoll und es freut mich auch, dass das so positiv angenommen wird von den Leuten. Ich finde auch total wichtig, einfach unsere Freude, die wir an der Arbeit auch haben, den Neuankömmlingen quasi, also den zukünftigen Krankenpflegern oder Kinderkrankenpflegern auch einfach weiterzugeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal.